hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft doors zusammen mit dem felix hey leute und wir bauen heute mal die baumform um weil die einfach leider nicht so funktioniert wie wir uns das vorstellen und was musst du heute jetzt erst mal alles so davon ist die bei uns auf dem dach sind upgraden auf tier 5 und danach machen wir dein beliebtes xp die frage ist an welche der wutform klatschen wir das dran ich würde halt sagen dass am meisten xp er kommt da meist experience ja dann ist schon geklärt also nach usern und ender drachen aber ja nachdem was sowieso schon ausgenommen wurde meinst du ja und was wir auch jetzt gerade nicht machen könnten wir haben ja noch tier 6 solar panel sogar noch auf dem dach legen liegt im system in der lambex durch die eine bringen ich habe gerade sowieso eine hier aber das wäre gut ja ich versuche hier kann alles mit einer normalen axt abzubauen das taugt nicht so ich weiß auch dass ich jetzt gleich im haus noch kurzen umbau tätige schön bist du lambex und bei meinen zuschauern ich spielte zeit mit dem die volk leute weil ich mit zwei dezenten probleme habe ich denke das wird sich in den nächsten paar folgen wieder ändern aber gerade geht es nicht anders dem herr nicht so böse nehmen die volk hat auch seinen schaum naja da schau dir zum beispiel spark an der spielt nur mit die vorrat ja ich habe auch echt eklig muss ich sagen echt findest du ja so leute nach zwei abstürzen von meinem client habe ich jetzt ob die feine wieder rausgeworfen und jetzt hoffe ich mal bleibe ich auf dem server ach nee ich sehe gerade ob es nimmt gar nicht auf ach man ob es hat gerade wieder nicht aufgenommen es hat nur standbild angezeigt du machst wird so oder ja also jetzt seitdem ja jetzt geht es ja okay was heißt das jetzt ja wird heute etwas kürzere folge bei mir also auf deutsch gesagt es wird eine etwas zerstöckelte folge ja ich habe eigentlich effektiv nur die ersten zweieinhalb minuten oder so ja okay das ist dieses naja ich habe gesehen es gibt so wireless crafting terminates von refined storage das sind aber bis zurzeit nicht das wird cool wenn wir das irgendwann mal machen ja kann ich gucken ob das gilt also energie dürften wir jetzt mehr als das doppelte haben sehr gut können wir entweder endlich wieder ordentlich was verbrauchen ja also übertreib halt jetzt nicht ja ja keine sorge ich übertreib doch nie du willst bitte dazu jetzt keine antwort oder unterstellung ich gehe uns jetzt erstmal dark oak besorgen und kann ich meine lambe extra wieder haben bitte ja habe ich ein system gelegt okay wenn du dark oak brauchst dann schaue im baumarkt vorbei nein der ist unser land war unser system ach haben wir unserem system auch noch was ja natürlich haben wir über 3000 ja wir haben ja in letzter zeit nicht mehr nur noch ins system importiert wir haben auch ganz viel persimon was auch immer man damit immer noch anstellen soll aber naja und äpfel ja übrigens ich habe jetzt dein lieblings zugang zum keller abgeschnitten mein lieblings zugang zum keller das wende die treppe auf die treppe nein nein du hast die treppe kaputt gemacht ja bist du das für ein wahnsinn wo muss ich jetzt ernsthaft immer mit dem aufzug nicht dann brachte ich mich mit dem n da runter scheiß nimm den aufzug nein dafür ist er gedacht so oft wie ich da runter muss da bau oben wenigstens ein crafting terminal hin ja das kann ich dir ja machen ja das wäre schön wenn ich schnell was craften will würde ich nicht mit dem aufzug da runterfahren äh stefan ich habe nur anderes kleines naja wohl könnte man vielleicht auch hier hin bauen ich bin gerade so bissl zwei geteilt wo soll ich denn die treppe nach oben hin bauen die treppe nach oben keine ahnung du hast es kaputt gemacht aber da wo ich jetzt gerade hingebaut habe da gefällt es mir irgendwie nicht und welche farbe soll die treppe haben soll ich die aus perge futtern bauen allgemein müssen wir da oben nochmal die architektur ändern ja ein bisschen was müssen wir ihnen haben das stimmt wir haben ja ausbautechnisch noch überhaupt nichts gemacht so ähm dann mache ich jetzt einfach mal birchwood stairs draus kurz ähm nein nicht porten böse und den aufzug lol ich habe hier irgendwann mal scheinbar einen huhn eingebaut und das ist immer noch ja check das arme huhn war locker tausend tage lang unter der erde gefangen wo tausend minecraft tage ja ach ist eigentlich total menschlich ne ja klar so so also allgemein deine terrasse muss jetzt irgendwie geändert werden geht's doch nicht mehr was warte 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 ich höre glas splittern korrekt was machst du alles umbauen was bist du das wahnsinns nein warum geht nicht anders hä willst du auf einem block da vorbeilaufen an der treffe oder was macht doch keinen sinn ja was willst du jetzt hier machen einfach die terrasse ein bisschen vergrößern also verkleinern damit den innenraum ein bisschen vergrößern ach ist jetzt nicht so tragisch nur weil du da jetzt die treppe so hingebaut hast ja von mir aus ändert sie die position aber mit weg kriegt keine bessere ein es hätte sicher eine bessere gegeben aber ja wo denn jetzt bin ich gespannt hau raus zum beispiel da wo die alte treppe war ne jetzt nicht weil dann wärst du mitten auf der terrasse raus gekommen ja und ich dachte das willst du nicht weiß ich jetzt nicht ich hätte mir schon Gedanken gemacht egal ja dann ändere ich die jetzt halt auch die terrasse auch gut ne lass es doch nein das will ich nicht ne ja weißt ne ist ne ist ne ist okay baust du ey sag mal wieso verkloppt mir eigentlich hier der ähm die lumberx einfach alles auf zwei Ebenen äh weil die 3x3 abbaut ja aber doch nicht auf zwei Ebenen wenn es entsprechend nur entfernt ist soweit dann schon ja ich hab's gemerkt du bist unten oder nein ich bin oben das ist der punkt verdammt wo bist du ja wo ach da ach du scheiße fehlt mir jetzt ernsthaft na gut gut leute das wär's dann soweit für die heutige Folge gewesen ich hoffe sie hat euch gefallen wenn ja gebt uns einen Daumen hoch und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge tschüss tschüss ciao Ciao